Für mich war besonders interessant, heute zu hören, was die Wünsche von den zwei Damen für die Zukunft der EZB und für die Eurozone für Europa allgemein sind. Und das hat mich sehr bereistert, weil ich auch der Meinung bin, dass Europa neue Schritte gehen muss, um noch besser zu werden und noch besser für die Bürger da zu sein. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass alle junge Menschen wirklich verstehen. Und es ist sehr komplex, wie einige der Sprecher haben gesagt, es sind sehr komplexe Situationen, in denen wir mit allen verschiedenen Ländern, verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Beziehungen. Es ist sehr wichtig, dass junge Menschen ihre Arbeit und ihre Beziehungen verstehen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass junge Menschen ihre Arbeit und ihre Beziehungen verstehen.